Für schnellen Support stehen Ihnen unsere Mitarbeitenden montags bis freitags per Chat zur Verfügung. Nutzen Sie diese Option gerne, indem Sie auf unserer Website unten rechts auf das Chat-Symbol klicken. Geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein. Ihre Telefonnummer ist optional. In dem Textfeld können Sie Ihre Frage oder Ihr Anliegen formulieren. Klicken Sie anschließend auf Chat starten, um Ihre Nachricht abzuschicken und mit dem Chatten zu beginnen. Innerhalb weniger Sekunden schaltet sich jemand dazu, um Ihnen weiterzuhelfen. Sie haben übrigens auch die Möglichkeit, eine Datei anzuhängen oder zum Beispiel Ihre Kontaktdaten zu bearbeiten oder zu ergänzen. Sobald Ihr Anliegen geklärt wurde, beenden Sie den Chat mit einem Klick auf das Türsymbol. Sie haben nun die Gelegenheit, die Unterhaltung zu bewerten. Lassen Sie uns gerne wissen, wie zufrieden Sie mit der Bearbeitung Ihres Anliegens waren. Ihr ehrliches Feedback hilft uns dabei, uns zu entwickeln. Probieren Sie die Chatfunktion gerne einmal aus. Wir freuen uns auf Sie!